yo was geht ab fresh history 15 jahre und 2022 und 2023 das fresh finale also wie ich im letzten part bereits am ende gesagt habe 2021 zum jahresende war das komplette ende geplant schon das habe ich schon während den letzten releases zu du viel geht nix gemacht weil die songs ja alles schon ein bisschen länger davor fertig waren und zwar war geplant 2022 noch mal ein fresh tape zu machen und also ein letztes fresh tape noch mal das vierte dann inzwischen fresh 4 sollte noch mal so ein richtiges tagebuch werden dann wollte ich noch einen bonus tape an fresh 4 dranhängen was letztendlich zu deutsch rap gegen deutsch rap geworden ist was er so mehr rap lastig und mehr battle rap lastig auch sein sollte und dann eben ein abschluss tape das fresh finale da war auch schon festgestanden dass das so heißen sollte und da wollte ich einfach das allerbeste tape machen zum abschluss was ich je hätte machen können perfekt abgemischt nur auf beats auf die ich wirklich bock habe genauso wie ich bock habe also alles originalen scheiß drauf geben was andere wollen sondern wirklich ein tape das komplett tagebuch ist alle wichtigen themen nochmal aufarbeitet und ja genau einfach trotzdem eins zu eins das widerspiegelt wie ich gerne hören will im nachhinein so dass ich im nachhinein sagen kann ich höre fresh finale weil das ist mein bestes tape ok ich habe dann genau 2022 gestartet mit einer fresh show die zweite war das was so was war wie für mich selber ein live konzert simulieren quasi indem ich ein komplettes set runter gerappt habe auf return of the boom bap das sind so eine stunde boom bap old school beat mixes in youtube habe ich 2021 schon ein part gemacht und 2022 noch ein bisschen ausgereifter und das habe ich so zwischendurch released einfach mal so an dem montag so als ein ding am stück genauso wie über die ganzen jahre seit 2016 auch immer wieder fresh sind freestyle chapters entstanden sind das habe ich mit kein sinn durchgezogen immer wieder mal ein track ein kollabo track von uns beiden komplett freestyle nichts schreiben und einfach ja genau da haben wir 13 stück dann insgesamt hingekriegt immer wieder über die jahre verteilt released und 2022 war dann genau das fresh show war das erste release das zweite release war dann ganz ungeplant ein tape nochmal mit pad weil ich mit dem wieder mehr kontakt hatte dann und wir einfach über die alten zeiten auch geredet haben mit tour de draws was inzwischen schon neun jahre her war und ach wäre doch mal geil eigentlich mal wieder sowas zu machen und dann haben wir uns da ein bisschen hingesetzt und haben dann untitled gemacht das war dann noch mal ein kollabo tape mit pad ein komplettes komplett anders wie tour de draws aber auf jeden fall auch ein cooles ding gewesen irgendwie ist halt pad rap macht halt völlig anderen stil von mucke wie ich und dementsprechend war es für mich einfach eine challenge mal was ganz anderes zu machen dann habe ich danach aber noch mal was gemacht was auch nicht geplant war also hatte ich quasi eigentlich echt jeden monaten release und zwar im märz hatte ich dann habe ich dann das unexpected tape genommen von 2017 habe so drei viertel der ganzen beats die da drauf sind noch mal genommen und komplett neue texte drauf geschrieben und ein übelstes hardcore album gemacht ein hardcore tape gemacht wo wirklich nur battleshit nur übelst aggressiver ich kill alles und jeden also so richtig brutal einfach unrespected daraus gemacht die hardcore version von unexpected sozusagen fünf jahre später das habe ich dann noch gemacht im märz im april hat dann kein sinn nochmal ein tape gedroppt und zwar das zweite offizielle freestyling tape von ihm das war back from the dead ein überragendes tape bis heute absolut masterpiece von ihm und dann habe ich im mai war dann glaube ich pause mal ein monat mal nichts und im juni meine ich ich weiß nicht mehr genau habe ich dann das fresh tape 4 release komplett tagebuch steht straight up und dann wollte ich eigentlich in dem jahr dann auch noch die das deutsch rap gegen deutsch rap tape was dann doch auch wieder mehr tagebuch inhalt hatte mary live steht als nur battle und rap steht wie ich es eigentlich geplant hatte das wollte ich eigentlich danach ließen aber durch dieses durch diesen pace mit inzwischen auch wieder nur jeden montag und nicht mehr montag und freitag weil das habe ich gemerkt das war zu viel habe ich wieder zurückgeschraubt und habe dann jeden montag mein montags maler ding weiter so durchgezogen und dadurch war das jahr vorbei bevor das deutsch rap gegen deutsch rap tape überhaupt gedroppt werden konnte weil die präschen alle tapes dann und ich mal die frage step 4 tapes und ich male tracks und ich male online waren also ist deutsch rap gegen deutsch rap doch erst 2023 gedroppt worden was eigentlich nicht geplant war weil ich 23 wirklich nur mein abschluss tape machen wollte und der mir da mir auch wirklich zeit lassen wollte aber die texte waren 22 schon lang fertig fürs letzte tape und deswegen habe ich 2023 das ding dann doch relativ früh auch schon hingekriegt ja das ich wollte da unbedingt so ein richtig episches abschluss cover haben irgendwas irgendwas so keine ahnung was auch sowas verabschiedendes irgendwie hat und ganz lustig im urlaub in bibione in italien am meer gleich am ersten abend waren jacky und ich da vorne am wasser und mit klamotten und ich bin einfach so bis zu dem jahr bis zu den waden einfach ins meer rein und dann hat jacky ein foto davon gemacht und das habe ich mir dann angeschaut und dachte so alter das ist eigentlich echt ein geiles cover bild für fürs letzte tape und habe dann das mir schon gesaved für das rationale tape als cover ja und beim professionale habe ich dann echt richtig richtig vollgas gegeben bin auch auf jeden fall ultra krass zufrieden und bin auch davon überzeugt dass es mein allerbestes tape geworden ist definitiv und ja das als ich das dann released hatte vor allem dann die letzten tracks die letzten zwei ist es dann auch irgendwie klicktechnisch völlig eskaliert noch mal für meine verhältnisse also für immer was mein absoluter faith track ist überhaupt von mir und auf dem tape eigentlich auch den song habe ich schon gehofft dass der vielleicht ein bisschen anerkannt wird weil ich den einfach extrem extrem geil fand und finde und der hatte dann irgendwie drei vierhundert klicks relativ schnell die ganzen fresh finale songs bis auf ein zwei ausnahmen sind eigentlich relativ gut angekommen bei meinen leuten und ja ich habe auch wieder resonanz gekriegt von vielen anderen leuten die eigentlich jahrelang nichts mehr dazu gesagt haben und gesagt hey dass die haben gesagt das tape ist echt ein geileschiss und so das war mega richtig geil das auf spotify wäre absolut killer aber ihr wisst ja wie das ist mit den copyrights ja und dann der allerletzte song ein letztes mal ich weiß nicht wie es dazu gekommen ist in was für eine komische playlist der damit reingerutscht ist in youtube durch zufall auf jeden fall hatte ich da dann irgendwie auf einmal 800 dann 1000 dann 1500 dann 2000 2500 so viele klicks wie ich seit 2010 auf einem track von meinen ursprungs releases nie wieder hatte und dann war bei mir als schon so fuck man das ist eigentlich richtig dumm so jetzt wo alles vorbei ist gehören auf einmal leute den shit und tausend leute die ich nicht kennen kommentieren den steht und sagen ja auch mach auf jeden fall weiter aber es ist halt abschluss sorgen es ist ein abschluss tape und dementsprechend habe ich damit dann eigentlich die youtube sache für mich auch beendet noch mal so ein kleines abschluss diashow video mit dem auto bietet noch gemacht und dann sollte ich eigentlich nie wieder einen youtube upload machen genau bis ich dann halt doch irgendwann gemerkt habe ach weiß was ein bisschen freestyle steht könnte ich eigentlich schon noch machen so im auto ein bisschen war und hauptsache keine tracks und keine mixtapes halt mehr hochladen und dann habe ich halt immer mal wieder so random diese freestyles da gemacht diese run the car freestyles und dann genau dann kam ich jetzt halt jetzt dann auf die idee diesen quatsch zu machen aber für 2024 mache ich noch mal ein paar nächsten montag weil es hat ja nicht alles geendet ist mein das youtube-ding habe ich zwar aufgehört aber es ging ja trotzdem weiter und die wirklich truen homies die den shit weiterhin supporten die wissen genau wovon ich rede und die anderen können sich selbst mal anhören oder auch nicht ich danke euch allen fürs zuhören fürs zuschauen wie auch immer und peace out bis hoffentlich nächsten montag wieder jetzt